Die Eins von Herrn Wallace Die Eins ist keine große Zahl und fühlt sich manchmal ganz allein. Für einen Krieg oder in einer Wahl ist sie für einen Sieg viel zu klein. Aber lasst uns nicht so schnell vergessen, dass jede große Menge mit Eins begann und damit wir die Macht der Eins genau messen, müssen wir uns überlegen, was hat wirklich die Eins getan. Jede große Mauer beginnt mit dem ersten Stein, jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Alles, was groß ist, begann ganz klein. Die Eins ist nicht dumm, sie bringt oft andere mit. Ein Herz, ein Leben und ein Traum, eine Welt, ein Land und ein Mann. Ja, man so gar nicht unterschätzen, was die Eins alles machen kann.